Die ausgereifte Technik des Zertoclav ist simpel zu bedienen. In nur drei einfachen Schritten können Sie mit dem Zertoclav arbeiten. Erstens, befüllen. Ein Liter Wasser einfüllen, bis der grüne Kegel bedeckt ist. Das Wasser sollte destilliert, jedoch nicht entmineralisiert sein. Dann den Dreifuß in das Wasser stellen und die Bodenplatte darauf legen. Jetzt das Sterilisiergut in den Kessel stellen. Den Deckel aufsetzen und durch einfaches Verdrehen den Zertolokverschluss sicher schließen. Mit dem Orangenknopf wird verriegelt. Er stellt sicher, dass nicht unter Druck geöffnet werden kann. Zweitens, das Programm wählen. Das Programm wird am Ventil und der Temperaturregelung im Boden des Geräts gewählt. Sie können zwischen 125 und 140 Grad wählen. Jetzt den Schleppzeiger des Manometers auf Null stellen. Am grünen Schalter wird das Gerät gestartet. Nach 5 Minuten sind 100 Grad erreicht und die Entlüftungsphase beginnt. Der Abdampfhahn bleibt dabei geöffnet. Nach weiteren 8 Minuten ist die Luft entwichen und satt Dampf im Kessel. Die Voraussetzung für eine erfolgreiche Sterilisation. 3. Sterilisieren Jetzt schließen Sie den Abdampfhahn. Nachdem die gewünschte Temperatur erreicht ist, warten Sie die Sterilisationszeit ab. Bei 125 Grad 15 Minuten, bei 140 Grad 3 Minuten. Dann das Gerät abschalten und auf 80 Grad abkühlen lassen. Fertig! Haben Sie noch Fragen oder Anregungen, wie wir Ihnen das Arbeiten leichter machen können? Wir freuen uns auf Ihren Anruf!